so und es ist schon mal nicht ja wollte ich kann sagen um euch stimmen okay die sind oben na hier sind sie ja lass mich vorbei okay wo ist die bombe die haben uns voll verarscht gerade mit dem zubomben hier okay ganz oben da sagte kletterer hallo na ich will aufpassen nicht dass die aus dem fenster schießen kannst du gucken ob jemand hier drin ist nee ich hab doch manchmal ja zwei meter hinter der das ist dein ding ist das der zeigt was ist zeigt mir nicht leute an der zeigte nicht freuen dann türen schild nur fach raus hier raus hier raus hier ein tod oder war ich ja ja ich komme ich komme und bleibt stehen ich habe keine ahnung wo das ist also der typ gerade ist hier achten raus 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 irgendjemand ist da drin in dem scheißraum mach ich da anders warte wahrscheinlich wirklich die bessere idee da ist jemand im raum hat er hat der schütte ach ich wusste ich hab's gehört ich war mir los nicht sicher wie man finden kommt ja ich bin ja wieder hier alles zu weil die kommen meistens hier rein gut dann kriegen sie schon mal schock dinge ja wäre ganz gut so strom da gibt es strom ok und da hinten gibt es strom also alle hier sind alle eingänge mit strom überwacht ja genau schießt mir aus wut wieder einen zurück und tut ja ja also dieses schild das erkennst du von weiten mal null guckst unten gerne und da gehe ich mal hoch diesen diesen mittleren gang glaube ich habe schon was gehört wieder was aufgebaut worden ist da unten ist nichts ja hier ist die erste bombe ja mir kommt auch gerade jemand entgegen wieso kann ich die bombe nicht blockieren ah jetzt ja dort ein bisschen muss ich einfach nur angucken der andere bombe wird wahrscheinlich dann im nebenraum sein 5 second zu insertion da wollen wir mal das war eine gute aktion das war nicht meine absicht eigentlich mit dem schild musst du vor aufpassen dass keiner flitten kommt das hast du echt gelust ach fuck die stun grinder sind natürlich auch richtig fies die schöne flash ich glaube ich springe hier mal ein loch rein ich glaube das mache ich immer das gelieb ich mir heute mal jetzt das mache ich immer das gelieb ich mir heute mal jetzt okay danke dass du mich gerettet hast ich glaube der geht doch nicht mehr er hat den defuse habe ich sehen ne der unten hatte okay jetzt ist er tot wo steht das strom naja der ist unten hingefallen der ist tot gut ich lebe kaum noch ich wollte auch kaum noch leben naja ich habe auch noch 26 ich habe 16 kann ich nicht vorgehen wo ist denn der unten naja ich habe es gesehen die kanale kam dem und reingeflogen da konnte ich auch nichts mehr machen ach komm mal sogar team kill kann das sogar sein was ich habe doch das shooting gehalten wer hat das bitte gemacht bei mir war das shit eiskalt auf den typen drauf hä ok von der seite kam der ja der Untertitelung des ZDF, 2020